Einen schönen guten Abend an alle Anwesenden, an alle Gäste. Heute hier zum Webinar von Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag zu den Verkehrsverbünden in Bayern. Ich freue mich riesig, dass unser Webinarangebot auch jetzt wieder nach längerer Pause, bedingt durch Sommerferien und Wahlkampf, jetzt wieder sehr großen Zuspruch erfährt. Wir haben 150 angemeldete Personen aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen und Bereichen. Es freut mich sehr, dass Sie alle heute Abend sich Zeit nehmen, eine Stunde über den Zustand, die Erweiterungsperspektiven und die Notwendigkeit von Verkehrsverbünden in Bayern zu sprechen. Wir haben heute Abend fast ein Who is Who der bayerischen Verkehrsszene da. Zunächst möchte ich aber begrüßen und hervorheben, protokollarisch angemessen. Wir haben auch eine Bundestagsabgeordnete unter uns, nämlich die frisch gewählte Abgeordnete aus Niederbayern, Marlene Schönberger. Ferner auch unseren ehemaligen Landesvorsitzenden Eike Halitzki. Darüber hinaus auch, was das Allerwichtigste ist, hinsichtlich der Zielgruppe, sehr, sehr viele KommunalpolitikerInnen, die in den Gemeinderäten, in den Stadträten, vor allem aber in den Stadträten der kreisfreien Städte und in den Kreistagen Bayerns, aktiv sind und sich um Verkehrspolitik kümmern. Denn das ist ja genau die Ebene, die auch zuständig ist für den öffentlichen Personennahverkehr, als leider freiwillige Aufgabe in Bayern und damit natürlich auch die Frage von Verbunderweiterungen, Verbundbeitritten, Verbundgründungen. Darüber hinaus haben wir sehr, sehr viele Unternehmen aus dem Verkehrsbereich hier, Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir haben auch Interessensvertretungen da, wie zum Beispiel den Landesverband der Bayerischen Omnibusunternehmen. Wir haben hier viele Verkehrsinitiativen, zum Beispiel die Landesvorsitzende des ADFC, des Fahrradclubs in Bayern, Bernhard Entfelsch, mit der ich übermorgen die Erbe habe, ebenfalls ein Webinar zu bestreiten, seitdem ich Sie gleich alle herzlich einladen darf. Der Termin hinweist auf meiner Website oder auch unter grünefraktionbayern.de. Darüber hinaus haben wir hier einen Vertreter eines Seilbahnanbieters, VertreterInnen vom VCD, vom VDV, vom Mondnaturschutz, BUND, von der Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr der Grünen in Bayern, vom VWB, von der Technischen Universität und Herrn Mäder darf ich auch begrüßen, einen der Geschäftsführer vom Nürnberger VGN. So, soviel zur Einleitung. Verkehrsverbünde in Bayern ist ja so ein spezielles Thema. In Deutschland haben wir ja eigentlich nur in Bayern, wenn man es sehr gestreng nimmt, weite Teile des Landes noch ohne Verkehrsverbund haben. Das ist ein, wie ich finde, sehr seltsamer Anachronismus. Andere Bundesländer haben längst flächendeckende Verkehrsverbünde und damit auch die Möglichkeit, einen modernen, zukunftsfähigen ÖPNV anzubieten und die Möglichkeit, vor allem auch das Ticketing einfacher und attraktiver zu machen. Es ermöglicht, dass man von Haustür zu Haustür überall im Land mit einem einzelnen Ticket unkompliziert kommen und buchen kann. Und auch die Möglichkeit, in der Zukunft moderne E-Ticketing-Systeme aufzubauen und zu entwickeln und einzubinden. Alles sind in Bayern, in weiten Teilen des Landes, ist das noch Zukunftsmusik, weil wir eben hier noch nicht vollwertige Verkehrsverbünde in der Fläche, vor allem in ländlichen Räumen haben. Jetzt soll sich das aber ändern. Nicht nur in unserer Vorstellung als grüne Landtagsfraktion, sondern auch die Bayerische Staatsregierung hat sich auf den Weg gemacht und einen Prozess gestartet, wie die Verkehrsverbünde in Bayern ausgeweitet werden sollen. Überall im Land ist das, zumindest in einschlägigen Kreisen in aller Wunde, die Verbund-Erweiterungsstudien oder Verbund-Gründungsstudien, die sich allerdings leider jetzt über viele Jahre hinweg erstrecken werden und dann auch die entsprechenden Gremienbeschlüsse brauchen. Und natürlich noch zu klären ist, wer denn jetzt da die Kosten zahlt, wo sich der Freistaat Bayern momentan noch einen ziemlich schlanken Fuß macht. Aber das ist jetzt nur mal mein Einstieg, mein Ausblick zum Einstieg sozusagen. Ich begrüße jetzt sehr herzlich unsere beiden Fachreferentinnen, die kompetent sein, wie sie sind, wie sie kompetenter kaum sein könnten. Sie sind Geschäftsführerin und Geschäftsführer zweier großer und gut organisierter Verkehrsverbünde in Bayern. Zum einen Frau Dr. Linda Kisabaka vom AVV, vom Aufsparger Verkehrsverbund und zum anderen Herr Dr. Bernd Rosenbusch vom Münchner Verkehrsverbund, vom MVV. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt in der hektischen Vorweihnachtszeit die Zeit nehmen, mit uns über das Thema zu sprechen und uns hier einen fachlichen Einstieg, einen Input zu geben. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Folien und das, was Sie uns vorstellen werden und natürlich auch auf den Austausch danach. Alle Fragen, die Sie vielleicht haben an die beiden oder möglicherweise auch an mich, stellen Sie bitte schriftlich, indem Sie es hier in Ihrem Tool unter Fragen eintragen. Meine Mitarbeiterin, die Frau Dr. Annal Schuster-Brandes, wird das Ganze sortieren und ordnen und hier dann einbringen und die Fragen stellen. Wenn es sehr viele Fragen gestellt werden, bitte ich jetzt schon mal um Nachsicht, dass wir nicht alles beantworten können. Wir wollen in einer Stunde fertig sein, wie es bei unserer Webinarreihe auch üblich ist. So, jetzt beginnt als erster Herr Rosenbusch. Bitte schön, Ihre Präsentation. Ja, Herr Bücher, vielen Dank für die Einführung. Genau, die Präsentation wird von der Kollegin geschert. Ja, genau, da ist sie. Im Grunde befürchte ich jetzt, ich erzähle einigen, die dabei sind, vieles, was sie schon wissen, aber wir machen das trotzdem in aller Kürze und Würze. Sie haben es schon gesagt, im Auftrag der Staatsregierung untersuchen wir im Augenblick acht Landkreise, zwei kreisfreie Städte hinsichtlich der Sinnhaftigkeit und Unsinnhaftigkeit von Verbunderweiterung. Wir können gleich mal weitergehen. Warum machen wir das? Weil wir in Großraum München ein echtes Verkehrsproblem haben. Das ist, glaube ich, jetzt allgemein bekannt, wenn man sich morgens den Verkehrsraum anhört. Wir sind ein sehr monozentristischer Raum. Das heißt, alles fokussiert sich auf die Landeshauptstadt und die umliegenden Gemeinden und Landkreise. Es wird gependelt teilweise von über 100 Kilometer entfernt. Wir sind anders organisiert als der Rhein-Main-Raum mit Wiesbaden, Mainz und Frankfurt, die alle große Städte haben. Selbst anders als Kollege Mäder Nürnberg mit Erlangen, Fürth und Nürnberg auf der Städteachse. Bei uns geht alles in einen Raum rein. Und da ballt es sich am Wochenende, geht alles raus in die Berge. Da ballt es sich wieder. Also wir haben im Großraum München ein Verkehrsproblem. Gehen wir mal weiter. Sie haben es eben gesagt, worüber redet man, wenn man über Verbundrauberweiterung spricht. Also wenn man sich wirklich Deutschland mal anguckt. Niedersachsen hat verbundfreie Gebiete in Ostfriesland. Und ansonsten ist es im Wesentlichen Südbayern, also ohne jetzt den Ostfriesen zu nahe treten zu wollen, aber dass wir quasi uns mit Ostfriesland vergleichen in verkehrspolitischen Themen, ist irgendwie uns nicht ganz angemessen. Der Franke hat es da schon deutlich weitergebracht. Der VGN ist ja extrem ausgeweitet schon. Das hat meines Erachtens einen Grund, warum es überall Verbünde gibt, weil schlicht und ergreifend für den Fahrgast es deutlich leichter wird. In der Mitte sehen Sie ein Beispiel von einem Herrn Seiler aus Bad Tölz. Der arme Mann ist 20 Kilometer gefahren, hat dafür 20 Euro bezahlt, also hin und zurück, und hat acht Fahrkarten kaufen müssen. Und das Ganze hat er gemacht von Reichertsbeuern nach Benediktbeuern, also nicht irgendwo in fernsten Gebieten, sondern ungefähr 50 Luftkilometer von Marienplatz in München entfernt. Und das ist etwas, was natürlich den Umstieg dann wirklich auf Bus und Bahn deutlich erschwert. Verbünde haben gezeigt, dass sie beim Tarifvertrieb, aber auch bei der Fahrplanauskunft zum Beispiel deutliche Vorteile haben. Wir gehen dann weiter. Die Wirkung für den Fahrgast, das Link sehen Sie ein Bild aus den Anfängen, das ist MVV, der nächstes Jahr 50 Jahre feiert. Ein Netz, ein Fahrplan, ein Tarif, einfacher geht es nicht. Im Grunde ist wirklich der große Vorteil, dass man dem Kunden das Tarifthema wegnimmt, aber auch Themen natürlich wie Fahrgastinformation, Fahrplanauskunft hat, natürlich auch Kostenvorteile hat. Es gibt aber auch für die Aufgabenträger extrem große Vorteile, weil wir schlicht und ergreifend stark als Verbünde Synergien heben. Wir können Know-how übergreifend austauschen, ein bisschen zu Möglichkeiten, so etwas wie einen E-Tarif einzuführen. Die Kosten, die dabei entstehen, das Check-in-Be-out-System, was wir zum Beispiel jetzt im MVV haben, kann kaum ein Landkreis oder eine Stadt alleine tragen, macht auch keinen Sinn. Da macht es einfach Sinn, wenn dort Wissen, aber auch finanzielle Mittel gebündelt werden. Wir gehen dann weiter. Was sind die Vorteile, wenn man mal untersucht, für die jeweiligen Anspruchsgruppen aus Sicht der Aufgabenträger? Der Freistaat hat es ja im Koalitionspapier drinstehen und deswegen laufen ja überall Verbunderweiterungen. Heute habe ich gesehen, dass Berchtesgadener Land jetzt auch untersucht wird bis 2023. Der Vorteil ist, einheitliche Ansprechpartner, Harmonisierung der Tarife und Schritt Richtung Landestarif, mehr Fahrgastzahlen. Das wissen wir aus dem Regensburger Verkehrsverbund. Dort gab es eine Verbunderweiterung und die Fahrgastzahlen sind etwa 10 bis 15 % gestiegen, ohne Angebotsausweitung, nur weil schlicht und ergreifend das System einfach geworden ist. Die Landeshauptstadt hat einen großen Vorteil, weil es weniger Verkehrsbelastung gibt, weil die Pendler, Einpendler quasi frühzeitig umsteigen und nicht erst mit dem Auto in die Stadt fahren. Es gibt auch im Freizeitverkehr durchgehende Angebote für die Münchner in die Region. Auch da quasi am Schluss Synergien holen, wie für alle anderen Aufgabenträger durch eine Verbundgesellschaft. Für die Bestandslandkreise ist es wichtig, die Verkehrsbeziehungen zu den heute Nicht-Verbundlandkreisen abzudecken. Dort bestehen sehr starke Pendelverpflichtungen, das sehen wir nachher noch mal, aber auch für kreisübergreifende Busverbindungen, die dann optimiert werden können mit einer Verbunderweiterung und Entlastung der bisherigen Verbundraumgrenzen vom Park-and-Ride-Verkehr. Heute pendeln sehr viele, zum Beispiel nach Geltendorf, weil schlicht und ergreifend dort die Verbundgrenze ist. Für die Beitrittskandidaten eine SPNV-Integration in vielleicht vorhandene Verbundstrukturen oder Tarifstrukturen. Dann abgestimmte Fahrpläne, durchgehende Tarife, in der Regel auch Qualitätsstandards, die mit einem Verbundbeitritt vollzogen werden, die es vielleicht heute noch nicht gibt. Vielleicht gibt es sie auch schon. Und vor allem, dass eben der Hauptgrund weniger Verkehrsbelastung durch Freizeitverkehr, aber natürlich auch durch Pendelverkehr, als wenn man die 10 bis 15 Prozent alleine auf den Landkreis Rosenheim nimmt, dann sind das zigtausende von Autofahrten, die man dadurch ersparen würde, dass die Leute leichter umsteigen. Wir gehen dann weiter. Was passiert im Augenblick? Wir sind vom Freistaat und den zehn möglichen Beitrittskandidaten beauftragt worden, die Verbunderweiterung zu untersuchen. Wir haben dafür zwei Phasen gewählt. Das erste ist die Struktur- und Grundlagenstudie. Da geht es um Einwohnerbeschäftigte-Tourismus. Da kann auch die Linda Kisabaka nachher noch was zu sagen. Das ist dort ähnlich. Dort geht es erst mal darum, festzustellen, ob sich verkehrswirtschaftlich eine Verbunderweiterung lohnt, indem einfach Strukturdaten analysiert werden, vor allem Beziehungen zwischen den Landkreisen und den Bestandslandkreisen untersucht werden. Wir gehen dann weiter. In Summe haben wir extrem hohe Verflechtungen von den künftigen möglichen Beitrittskandidaten in die Bestandslandkreise und die Landeshauptstadt. Wir haben aber auch Verflechtungen zwischen den möglichen Beitrittskandidaten. Wir sehen, dass wir etwa 160 Millionen Fahrten haben, die betroffen sind. Und wir sehen, dass gerade Landkreis Landshut und Landkreis Rosenheim besonders hohe Fahrtanteile in den heutigen Verbundraum haben. Wir sehen aber auch Weilheim und Miesbach, die starke Verflechtungen haben in den Verbundraum hinein. Landsberg mit starken Verflechtungen. Das unter der Woche und am Wochenende, wie schon erwähnt, eben in die andere Richtung. Dort dominiert natürlich ganz klar dann mit Miesbach, Tölz, südlicher Teil und Garmisch-Partenkirchen die touristische Region Oberbayerns, die natürlich ganz klar Freizeitreisende anzieht. Wir gehen dann weiter. Exemplarisch einfach mal einen Blick, was alles untersucht wird. Zum Beispiel haben wir hier die Pendelbeziehung vom Landkreis Rosenheim mal dargestellt. Etwa 14.000 Pendler in die Landeshauptstadt und etwa 4.000 Pendler in den Landkreis Miesbach und auch wieder hinaus. Man sieht auch Traunstein ist mit 8.000 Pendlern durchaus eine große Destination für den Landkreis Rosenheim. Wir haben in der Mitte dann mal dargestellt, wie hoch ist der Anteil der Binnenpendler und der Auspendler. Und auf der rechten Seite nochmal das Thema Touristik untersucht. So ungefähr zieht sich dann die Gesamtanalyse, die sich auf etwa 130 Seiten erstreckt pro Landkreis, verzieht sich quasi die Ergebnisse der Stufe 1, wo wirklich intensiv die meisten Themen eigentlich wirklich gut bearbeiten konnten. Schwierig wird es immer bei den Selbstständigen. Die werden ja nicht erfasst. Die haben auch nicht immer einen festen Arbeitsort. Die muss man bei den ganzen Zahlen noch mit dazu zählen. Ebenso die Beamtin, an deren Daten ist schwer heranzukommen. Auch die käme noch zusätzlich mit dazu. Das heißt, das Potenzial der Umsteiger auf den ÖPNV würde nochmal steigen. Gehe dann weiter. In einigen Landkreisen schon in der zweiten Phase. Das heißt, wir untersuchen im Augenblick die wirtschaftlichen Effekte. Wir machen trotz Corona Fahrgasterhebung, um die heutig genutzten Tarife zu nehmen. Wir schauen uns Vertriebsdaten an. Das Ziel ist es, über Hochrechnungen im nächsten Jahr wirtschaftliche Effekte in Bandbreiten dann den Aufgabenträgern, also dem Freistaat und den Landkreisen und den Städten mitzugeben, damit auf der Basis dann untersucht oder diskutiert und dann entschieden werden kann, was kostet ein Verbundbeitritt, können wir uns das leisten oder nicht. Und davon abhängig ist natürlich auch ein Tarifmodell, was gewählt wird. Der Freistaat hat Vorgaben gemacht, dass in Summe die Verluste, die durch einen Verbundbeitritt entstehen und sie entstehen allein dadurch, weil ich heute mal zwei Fahrkarten kaufen muss oder noch mehr und bei jedem Fahrkartenkauf zahle ich quasi eine Einstiegsgebühr. Diese Einstiegsgebühr fällt ja weg und die Kosten dürfen nicht mehr als 10% unter dem heutigen Niveau sein. Das heißt, wir brauchen auch heutige Vertriebsdaten, um eben die Kosten in Summe einer Verbunderweiterung zu kalkulieren. Wir gehen dann weiter. Das ist der Zeitplan im Augenblick. Das heißt, wir erheben im Augenblick im Landkreis Rosenheim, in Bad Tölz und in Miesbach und auf der Kochelseebahn. Wir starten jetzt im Dezember in Mühldorf und in Landsberg und würden dann, sofern Interesse besteht, an einer Fortführung der Studie auch in der Phase 2 in Landshut starten, sowie in Garmisch-Partenkirchen, um dann für die Aufgabenträger und nur die entscheiden am Schluss, ob es zu einem Verbundbeitritt kommt oder nicht. Wir liefern nur die Fakten dafür und auf der Basis müssen dann Kreistage entscheiden und diskutieren und entscheiden, ob sie einem Verbund, ob sie dem MVV beitreten wollen oder nicht. Die Studie dient dafür, dafür die richtigen Fakten zu schaffen. Wir gehen dann weiter. Wie sieht der Zeitplan nochmal gezielt aus? Die Phase 1 ist in allen Gebieten abgeschlossen. Die Fahrgasterhebung als Phase 2, hatte ich eben erwähnt, läuft oder beginnt. Danach braucht es etwa ein Jahr nochmal zur Kalkulation und zur Diskussion, was ein Verbundbeitritt kostet. Parallel zu den Erhebungen machen wir jetzt schon verschiedene Tarifmodelle, wie ein Tarif in den Verbunderweiterungsgebieten aussehen könnte. Das Ganze geht dann an den Freistaat und an die Landkreise und die beiden Städte zur Diskussion, Abstimmung. Und wenn alles gut läuft und die Beschlüsse dann fallen, könnte zum Dezember 2023, könnten die Ersten dem MVV beitreten. Falls kein Interesse besteht, dann treten sie nicht bei. Das liegt, wie gesagt, in der Entscheidungshoheit der jeweiligen Kommune. Gehen wir weiter. Das war es auch schon in aller Kürze, damit wir noch Zeit für Diskussionen haben. Und da würde ich, glaube ich, jetzt erstmal zurück an Herrn Büchler geben oder direkt an die Linda Kisabaka. Ja, vielen Dank, Herr Rosenbusch, für die auch zeitliche Punktlandung und den kompakten und guten Überblick und die Präsentation. Ich habe schon versprochen, dass wir beide Präsentationen dann im Nachgang auch zur Verfügung stellen können, den Teilnehmenden. Die Frage aus dem Chat oder aus dem Fragetool kann ich also hiermit schon mal beantworten. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen unmittelbar weiter. Alle Fragen sparen wir uns auf, weil vielleicht gibt es manche Sachen, die sich an beide Referierende richten. Und übergebe gleich an Sie, Frau Kisabaka. Ja, herzlichen Dank. Ich bräuchte jetzt noch mal die Bildschirmübertragung. So. So. Ich hoffe, Sie können den sehen, den Bildschirm. Ich möchte vortragen, wie derzeit der Stand ist der Machbarkeitsstudie der AVV-Verbunderweiterung. So wird es jeweils genannt. Allerdings ist es ja die Verbunderweiterung in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries. Wie wir gleich ja auch noch mal sehen würden, ist es ja Ziel des Freistaates, Verbunderweiterungen zu erlangen, da ja Bayern, wie wir ja eben gehört haben, noch nicht wirklich hundertprozentig mit Verbünden überzogen ist. Und wir haben die Aufgabe bekommen, uns in diesen Landkreisen zu untersuchen, inwieweit die Verbunderweiterung dort sinnhaft ist. Die Struktur ist diejenige, wie eben schon gesagt worden ist. Die Landkreise selbst sind diejenigen, die entscheiden und die auch zum Schluss festlegen werden, ob sie einen Verbund beitreten möchten oder nicht. Bei uns haben die Landkreise Dillingen an der Donau und Donau-Ries. Wir haben sich entschieden, uns als AVV als Projektsteuerer zu nutzen, da wir die Erfahrung haben im Sinne des Verbundes und da wir auch die Ressourcen dafür haben. Und wir haben dann für uns ein Projektbüro genutzt. Die BTV Group macht das gemeinsam mit Mobilität und Traficon und führt diese Verbundstudie durch. Letztendlich haben wir auch weitere Partner, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die sich natürlich wie auch die Eisenbahnunternehmen beziehungsweise die relevanten Busunternehmen, aber auch die Kommunen und Bürgermeister, das sind alles Projektbeteiligte, mit denen wir gemeinsam dann das Projekt weiterführen wollen und feststellen wollen, inwieweit eine Verbunderweiterung in diesen beiden Landkreisen wirklich dann auch sinnhaft ist. Wie erfolgt so eine Beachtbarkeitsstudie, die ja auch gefördert ist? Wie auch schon in München? Gleichermaßen ist es immer wieder die gleiche Vorgehensweise, nämlich zunächst zu gucken, was ist die verkehrliche Sinnhaftigkeit? Vielleicht haben wir Verknüpfungen und vielleicht sind die Verknüpfungen rund um München anders als zum Beispiel bei uns in den Landkreisen. Da sind wir nicht ganz so monozentrisch aufgebaut wie zur Metropole München. Und da wird zuerst untersucht, wie die verkehrliche Sinnhaftigkeit ist. Nachdem die dann festgestellt worden ist, mittels Gremienbeschlüssen, kommt dann erst die zweite Phase, nämlich im Rahmen einer Verkehrserhebung wird dann untersucht, wie sind denn die Verkehrsströme und gemeinschaftlich mit den Vertriebsdaten, die dafür notwendig sind, möglichst umfassende Vertriebsdaten genommen. Und dann kann errechnet werden, inwieweit eine wirtschaftliche Sinnhaftigkeit tatsächlich da ist. Und in diesen Stufen gibt es dann wieder Entscheidungsmöglichkeiten, nämlich es könnte sein, dass die verkehrliche Sinnhaftigkeit bereits verneint wird. Dann würde die Studie dann auch schon stoppen. Insofern sind immer die Gremienbeschlüsse in den Landkreisen die relevanten Punkte, wo es dann weitergeht mit dieser Studie. Und am Ende der Studie steht zunächst ein Umsetzungskonzept, nämlich die Idee, wie eine Verbunderweiterung denn dann auch umgesetzt werden könnte. Die Umsetzung dauert dann allerdings auch noch mal eine Weile. Das Projektende ist bei uns für 2024 angedacht. Wir haben jetzt begonnen dieses Jahr, also im Herbst, mit der Machbarkeitsstudie. Insofern kann ich Ihnen leider im Gegensatz zu Herrn Dr. Rosenbusch noch keine tatsächlichen Ergebnisse präsentieren. Aber ich möchte mal aufzeigen, was aus meiner Sicht so die Knackpunkte bei einer solchen Verbunderweiterung sein könnten. Die verkehrliche Sinnhaftigkeit, das ist auch eben schon erwähnt worden von Herrn Dr. Rosenbusch, da guckt man sich zuerst an, was sind denn für Nachfragepotenziale da. Welche Nachfragepotenziale habe ich zurzeit im öffentlichen Personennahverkehr bei dem derzeitigen Leistungsangebot, aber auch welche Nachfragepotenziale habe ich im motorisierten Individualverkehr. Denn Sinn einer Verbunderweiterung ist es ja über die Verbundeffekte, nämlich ein Ticket, dann die Menschen möglichst vom motorisierten Individualverkehr in den ÖPNV zu ziehen. Und wie eben auch schon erwähnt, es gibt ganz viele Beispiele, dass dieser Verbundeffekt da ist, dass über dieses eine Ticket und die einfache Möglichkeit und auch eine gesamthafte Kommunikation erreichen wir Menschen, dass sie vom Pkw umsteigen. Gleichzeitig muss immer geguckt werden, wie ist das Verkehrsangebot eben ist und im Status quo, welche Preisstrukturen habe ich und wie kann ich die dann auch später weiterentwickeln. Und es muss geguckt werden, wie ist der ÖPNV derzeit organisiert, wie wird er finanziert, denn auch das hat natürlich eben Status quo dann Effekte, dann auf die weitere Vorgehensweise. Der Ordnungsrahmen ist genau das, nämlich wie muss ich denn später, wie kann ich dann in den nächsten Schritt gehen und wie kann ich dann Harmonisierung im Sinne des Ordnungsrahmen, also im Sinne der Tarife, aber auch im Sinne der Struktur erreichen. Und zum Schluss gibt es dann je Landkreis eine Empfehlung bezüglich eines Beitritts eines Verbundes, aber vielleicht auch zu Überlappungsgebieten beziehungsweise Verknüpfungen mit anderen Verbünden. Gerade bei uns in der Region ist es so, dass es nicht alles ganz so monozentrisch ist, sodass wir vielleicht da auch unterschiedliche Empfehlungen haben werden. Die Fahrgastnachfrage ist ja das, was wir erreichen wollen, nämlich über den Verbund-Effekt. Ein Ticket sollen mehr Fahrgäste in den ÖPNV gewonnen werden. Und das ist auch etwas, was erfahrungsgemäß immer gut funktioniert. Ich weiß nicht, ich war vorher in einer anderen Region tätig und habe da zwei Verbundgründungen mitgemacht. Und auch wenn das Angebot sich nicht wesentlich geändert hat, ist da immer ein Verbund-Effekt entstanden, nämlich über dieses eine Ticket und über die andere Kommunikation ist es immer wieder möglich, Fahrgäste zu gewinnen. Aber natürlich entsprechend muss ein Tarifmodell entwickelt werden und das Tarifmodell hat genauso wirtschaftliche Effekte, auf die ich dann gleich eingehe. Nämlich einerseits, je nachdem, wie ist der Tarif, habe ich Harmonisierungsverluste, aber auch Durchtarifierungsverluste. Und diese Verluste, die einmal entstehen, die müssen sich eigentlich ausgleichen mit dem Verbund-Effekt. Das ist am Anfang immer schwer zu beschreiben und zu definieren. Insofern ist es immer notwendig, aus meiner Sicht, dass es eine Anschubfinanzierung für Verbunde gibt, sodass dann diese Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste dementsprechend auch ausgeglichen werden könnten. Gleichzeitig entstehen natürlich Kosten im Vertrieb, denn wenn ein Vertriebssystem umgestellt wird und die einzelnen Unternehmer dann auch neue Tarife einstellen müssen, ist das gesamte Vertriebssystem, muss natürlich dann verändert werden und auch da entstehen Kosten. Ein Verbund-Tarifsystem hat an sich auch schon Kosten. Auch da haben wir wirtschaftliche Effekte. Und gleichermaßen Regiekosten, natürlich ist ein Verbund-Tarif, auch wenn man sich da nur auf eine Tarifgemeinschaft einigen würde, entstehen Regiekosten, die auch auszugleichen sind. Insofern ist immer, trotz der Freude der steigenden Nachfrage, ist zu beachten, dass es wirtschaftliche Effekte geben wird und zunächst verbundbedingte Belastungen entstehen. Das Tarifmodell ist natürlich dementsprechend der Kern dann auch, um zu sehen, wie kann ich diese verbundbedingten Belastungen möglichst minimieren oder auch vergrößern. Denn je nachdem, wie ich den Tarif gestalte, wird sich ergeben, wie hoch dann die Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste sind. Es ist natürlich auch wichtig zu sehen, wie kann man die unterschiedlichen Tarifmodelle, die die Fahrgäste derzeit gewohnt sind, so zueinander bringen, dass sie einerseits zu den Verbünden drumherum passen, aber andererseits auch für die Region passen. Als Beispiel haben wir hier einfach mal so exemplarisch so ein paar unterschiedliche Ansätze, wie überhaupt Tarife gestaltet werden können, nebeneinander gestellt. Und ich glaube, bildlich sieht man schon, dass es da zumindest zu einer Umstellung kommen müsste. Und die alten Gewohnheiten nicht immer eins zu eins dann weitergeführt werden könnten. Und das könnte natürlich auch bei den Fahrgästen zu einer Veränderung führen, die nicht immer nur positiv mitgenommen wird. Denn jeder Fahrgast erwartet ja, dass der Tarif für ihn doch bitte nicht teurer wird. Das ist auch das, was, glaube ich, in der Kommunikation derzeit an Erwartungen geschürt wird. Allerdings haben wir dann in dem Verbund, in dem vielleicht neuen Verbundgebiet, unterschiedliche Tarifniveaus, die jetzt hier links erst mal so exemplarisch dargestellt worden sind oder schematisch. Und man wird immer dazu kommen, wenn man dasselbe Tarifniveau später dann wieder erreichen will oder dieselben Einnahmen, dass man da zu einem Durchschnittswert kommt. Und ein Durchschnittswert, das wären dieselben Einnahmen, würde aber bedingen, dass manche Fahrgäste höhere Preise zahlen müssen, andere vielleicht sich freuen und niedrigere zahlen müssen. Die, die sich freuen, die werden sehr still sein und nie was sagen, aber die, die höhere Preise zahlen müssten, werden sehr, sehr laut schreien. Und hier ist insofern genau die entscheidende Frage, wie möchte man dort mit den Tarifen umgehen? Welche Erwartungen schüre ich bei einer Verbunderweiterung? Und wird es wirklich für jeden preisgünstiger werden? Und wird es wohl nicht? Und dementsprechend könnte es auch sein, dass es dort zu Schwierigkeiten kommt. Wenn man allerdings politisch entscheidet, ja, wir wollen einen sehr, sehr attraktiven Preis haben, dann werden die Harmonisierungsverluste, die dadurch entstehen, dass die Tarife auf ein gleiches Niveau gezogen werden und möglichst ein niedriges Niveau, wie ich die Diskussionen jetzt hier auch immer verstehe, sehr entstehen. Harmonisierungsverluste und gleichzeitig werden wir Durchtarifierungsverluste haben, denn aus zwei Tickets wird ein Ticket und derjenige, der dann mit dem einen Ticket durchfährt, erwartet natürlich, und das ist ja auch der Verbund-Effekt, dass es dann insgesamt für ihn preisgünstiger wird. Allerdings wird derjenige, der eben nicht, der nur von Ahrdorf nach X Stadt fährt und dann eben nicht weiter in den Stadtteil fährt, wird wiederum sagen, warum soll ich denn jetzt mehr dafür zahlen, obwohl ich genauso die gleiche Nutzung habe wie vorher. Und das sind dementsprechend die Durchtarifierungsverluste, die dann entstehen werden, nämlich, dass der Preis für die zwei vorherigen Fahrkarten auf jeden Fall höher sein wird als der eine Preis. Und je nachdem, wie in der Diskussion miteinander umgegangen wird, müssten diese Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste dann auch ausgeglichen werden. Ich kenne da Modelle, wie man das abschmelzen kann, wie man vielleicht den Übergang etwas einfacher macht, denn die verbundbedingten Fahrgastnachfragesteigerungen, die ergeben sich meistens nicht im allerersten Jahr. In der Machbarkeitsstudie versuchen wir insofern im Rahmen des eines Tarifens, dann wenn wir die wirtschaftliche Effekte uns angucken, im Rahmen eines entwickelten Tarifmodells, die Effekte auf die Fahrgastnachfrage zu bewerten, zu bewerten, inwieweit werden dann auch durch dieses eine Ticket, was immer wieder entsteht, Verbundeffekte entstehen, welche Kosten hätte man für die Vertriebsumstellung und welche Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste entstehen. Und das kann man umso besser berechnen, umso mehr Vertriebsdaten man jetzt hat vom Status Quo, um dann wirklich die Differenzen zu berechnen. Je besser da die Datengrundlage ist, umso besser kann man diese verbundbedingten Lasten dann auch berechnen. Und der Ausgleich der verbundbedingten Lasten, je höher der ist, umso einfacher wird es natürlich dann auch für die Landkreise zu beschließen, diese Verbund-Erweiterung dann auch mitzutragen. Neben dem einen Thema, ich möchte ein Ticket, ich möchte möglichst auch konsistente Fahrgastinformationen und möglichst auch eine einheitliche digitale Plattform, das ist das Thema Ticketing, im Rahmen einer Verbund-Erweiterung gibt es natürlich immer im Tarif die Forderung, derzeit sehr massiv getragen nach einem möglichst günstigen Tarif. Es gibt die Forderung, das ist, glaube ich, auch ein Thema für Verbund-Erweiterung nach einem 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende eben auch in den derzeit nicht mit Verbünden durchzogenen Gebieten. Insofern werden wir auch im Tarif in Richtung Kostensenkungen derzeit Forderungen entgegenstellen müssen. Aber es gibt auch die Erwartung von außen, nicht nur ein Ticket, ein Verbund, sondern dass auch das Angebot sich auf der anderen Seite dann auch verbessert. In den Verbünden haben wir dadurch, dass die ja meistens an den Städten sind, ein relativ gutes Angebot. Das Leistungsangebot in den verbundfreien Räumen ist zum Teil, aber nur zum Teil noch nicht so ausgebaut. Aber das wäre auch erst der zweite Schritt, dass das Angebot dann auch besser wird. Und wir werden in Zukunft auch im Sinne Nachhaltigkeit sehen müssen. Insofern haben wir derzeit einen Status Quo in der Finanzierung, der, wenn man es positiv ausdrückt, vielleicht ausgeglichen ist. Wir werden allerdings durch die Verbunderweiterung verbundbedingte Lasten haben und die Erwartungen, die Tarife zu senken, gleichermaßen das Leistungsangebot zu verbessern. Wir haben auf der anderen Seite allerdings die Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste, geraten insofern ein wenig in eine Schieflage. Und die kann umso besser ausgeglichen werden und es ist umso einfacher für die Landkreise dann zu beschließen. Wir werden die Verbunderweiterung dann auch machen, wenn die Finanzierung, die vielleicht jetzt noch ungeklärt ist, dann auch geklärt ist. Für unsere Machbarkeitsstudie, da haben wir gestartet, werden die verkehrliche Sinnhaftigkeit Anfang 2022 dann auch bewertet haben. Wenn Mitte 2022 in Richtung von Gremienbeschlüssen zur Fortführung der Phase 2 gehen, dann würden wir ein Konzept zur Verkehrserhebung entwickeln, die Verkehrserhebung in 2023 dann durchführen. Die Ergebnisse zu Mitte 2024 haben und dann könnte Ende 2024 ein Beschluss zur Verbunderweiterung bzw. für ein Konzept für eine mögliche Umsetzung dann auch weitergegeben werden. Insofern würde die, ist unsere Machbarkeitsstudie bis Ende 2024 derzeit angelegt und wir hoffen, dass wir dann auch danach in eine Umsetzung kommen müssen. Aber das, wie gesagt, hängt ja von den Gremienbeschlüssen ab. Und hiermit übergebe ich dann wieder an Herrn Fischeter. Vielen herzlichen Dank auch an Sie, Frau Kisabaka, für die tolle Präsentation. Auch hier finde ich, genauso wie bei der ersten Präsentation von Herrn Rosenbusch, sehr gut verständlich und auch sehr kompakt und sehr detailreich. Danke, dass wir die Informationen auch danach zur Verfügung stellen können zum Nachschauen. Wir haben sehr, sehr viele Fragen, die hereinputzeln. Auch an die Fragenden schon mal der Hinweis, dass es wirklich mehr sind schon, als wir beantworten können in der kurzen Zeit. Insofern vielleicht nur noch ganz, ganz dringende, ganz, ganz wichtige Fragen stellen, die unmittelbar brennen. Wir gehen auch sofort über in die Fragenbeantwortung, möglichst kurz und knapp vielleicht. Übergebe dazu gleich an meine Kollegin Anais Schuster-Brandes. Ich will nur noch kurz Werbung machen für ein Positionspapier meiner Fraktion. Ich habe das hier unter Unterlagen hochgeladen. Ich hoffe, dass Sie alle das sehen können in der Toolbox, wo man auch die Fragen hineinschreiben kann. Müsste auch ein Download eines Dokuments sein. Das war, es ist dieses Papier, das man da herunterladen kann. Bus und Bahn einfach machen, flächendeckend die Verkehrsverbünde für Bayern. Man findet es aber auch auf meiner Website. Man findet es auch auf der Website der Landtagsfraktion. Darin haben wir einen Vorschlag gemacht, wie man denn die Verkehrsverbünde einfach organisieren könnte, ohne unendlich lange Jahre jetzt zu vertun mit Studien und abhängig zu sein von Gremienbeschlüssen, was passiert, wenn einzelne Gremien vielleicht möglicherweise nicht zustimmen. Wenn jetzt ein Landkreis X nicht mitmacht, was passiert dann mit dem ganzen Verfahren? Wenn dann irgendwelche Lücken im Tarifgebiet sind, wird das Ganze nicht gescheit funktionieren. Deswegen haben wir auch einem Vorschlag des obersten Rechnungshofs folgend gesagt, es sollten nicht so viele Verbünde sein, sondern es sollten eine fünf bis sieben große leistungsfähige Verbünde sein, zum Beispiel fünf. Wir haben vorgeschlagen, dass man sich an Österreich orientiert, wo im Wesentlichen, ich vereinfache das, man sich an den Grenzen der Bundesländer organisiert. Von der Größe her, was in Österreich ein Bundesland ist, ist näherungsweise bei unserem Regierungsbezirk. Ähnlich viele Einwohner, die haben neun Bundesländer, wir haben sieben Regierungsbezirke. Deswegen konzentrieren wir uns doch auf das und kommen dann zu einem Bild, wie zum Beispiel diesen. Ich übertrage mal meinen Bildschirm und hoffe, dass man das sehen kann. Das wäre ein einfaches Modell. Die Leute wissen, die Bevölkerung weiß ungefähr, wo ist Schwaben und wo ist Unterfranken. Und da gibt es das Ticket, das man dafür kaufen kann, sei es ein Tagesticket, sei es ein Monatsticket, sei es ein Jahresticket oder ein Jobticket oder was auch immer. Man kann Überlappungszonen einreichen, einrichten in die angrenzenden Verbünde. Und man könnte sich auch attraktive Tickets überlegen, wenn man nicht nur einen Verbund braucht, sondern zwei. In Österreich hat man ja jetzt das Klimaticket eingerichtet. Das 1-2-3-Ticket hieß es zuvor. Man kriegt für 365 Euro ein Bundesland. Das wäre hier ein Verbund für 2 Euro 2, mit 3 Euro das ganze Land. Das ist ein interessantes Angebot. Und ich will jetzt gar nicht auf die Zahl 365 eingehen. Das ist eine separate Diskussion. Aber die Stoßrichtung, die wir haben, das Ganze muss einfach werden. Und das ist in Österreich deswegen gelungen, weil sich Österreich als Land sehr stark engagiert, auch finanziell. Und ich glaube, da wird auch Bayern nicht umhinkommen. Bayern hat jetzt folgende, die Bayerische Staatsregierung hat jetzt folgenden Plan. Ich habe das mal in dieselben Farben hier aufgezeichnet an Verbunderweiterungen bzw. Verbundneugründungen. Das ist also schon kleinteiliger. Vor allem bleiben dann einzelne Reste irgendwie übrig. Zum Beispiel, wir haben jetzt noch über den MVV gesprochen und die Frage kam auch in der Fragebox, was passiert mit Altöting. Tja, dafür hat irgendwie die Staatsregierung keine Lösung bzw. sagt, Altöting bleibt Altöting. Das finde ich nicht befriedigend. Das ist kein guter Ansatz. Wie dem auch sei, wir werden als Grüne, und das ist auch die Empfehlung an unsere KommunalpolitikerInnen, die jetzt hier dabei sind, Wir wollen allerdings keine Verbundgründungen, keine Verbunderweiterungen blockieren, sondern das Wichtigste, das ist wirklich das Entscheidende, dass wir flächendeckende Versorgung mit Verkehrsverbünden in ganz Bayern bekommen, weil darauf die weitere Entwicklung des ÖPNV letztendlich aufbaut. Davon ist es abhängig. Alles weitere, was wir uns dazu schon überlegt haben, können Sie in dem Positionspapier nachlesen. Jetzt, Anna, ist die Frage. Ja, dann würde ich direkt mal am Anfang starten. Schönen guten Abend an alle nochmal. Wir haben eine erste Frage von Thomas Schempf. Für Herrn Rosenbusch-Rocki Sabarka. Sie machen miteinander am besten aus, wer es am liebsten beantworten möchte. Wie stellen wir sicher, dass die künftigen Verbünde kein Etikettenschwindel in Form einer reinen Tarifgemeinschaft werden, ohne echte Gesamtkoordination der Aufgabentrainer? Also die Frage nach den echten Verbünden, die eben vollwertige Verbünde sind und nicht nur Tarifgemeinschaften. Und dann gibt es mehrere Fragen zu der Sinnhaftigkeit von Verbünden, beziehungsweise zu Überlappungsbereichen. Also was macht man an den Grenzbereichen? Wie stehen Sie zu Überlappungsbereichen, sodass in den ländlichen Räumen ohne feste Zuordnung zu einem Oberzentrum eine Verbundkonzeption in mehrere Richtungen besteht? Die Frage kam nochmal ein bisschen anders. Das ja jetzt, wie ist es mit den Grenzbereichen? Also können die, ist eine Verknüpfung über Landesgrenzen möglich? Und die darüber hinausgehende Frage, die ich jetzt als Dritte da noch dranhängen möchte, wie sieht es überhaupt aus, wenn wir einen Landestarif Bayern anstreben, bei der bei Verbund übergreifenden Fahrten dem Fahrgast die Fahrt mit einem Ticket ermöglichen? Wie weit braucht man da überhaupt noch Verbünde und Landkreise, die fest in Verbünden sind, die dann eben sozusagen ihren Landkreistarif oder schon eigene Lösungen aufgeben müssen? Also ein bisschen diese grundlegenden Fragen von Überlappungen und Übergängen. Da würde ich vielleicht erst mal diese drei Fragen nehmen und dann die so ein bisschen zusammenhängen. Das erste war, echter Verbund oder Etikettenschwindel? Und das zweite ist die Frage nach dem, was macht man in den Überlappungsbereichen? Vielleicht starte ich. Also echter Verbund oder Etikettenschwindel? Etikettenschwindel, die Staatsregierung hat ganz klar gesagt, eine Verbundintegration gibt es nur, wenn auch die Schiene integriert wird. Alleine wenn die Schiene integriert wird, dann wird ein Verbund zwangsweise größer sein als zwei Landkreise, weil sonst wird sich die Schiene nicht sinnvoll integrieren lassen. Das heißt, man muss irgendwo ein Oberzentrum mit drin haben. Wenn ich ein Oberzentrum mit drin habe, dann bedingt sich, dass bei der Verkehr so groß wird, dass es am Schluss mehr sein wird als nur eine Tarifgemeinschaft. Also ich glaube, das Risiko ist, also jedenfalls in den Bildern, die wir jetzt hier da sehen, eher gering. Zumal sich ja häufig an Bestandsverbünde angedockt wird. Selbst in Berchtesgaden wird es ja wahrscheinlich tendenziell, wenn dann Richtung Salzburg gehen. Überlappungstarife ist wichtig. Ja, ein großes Thema. Wir sind da offen. Ich glaube, Linda kann es selber sagen. Ich glaube, wir können auch miteinander darüber reden, dass wir durchaus schon Themen haben für Überlappungen, auch mit Kehlhagen zum Beispiel. Wir haben gute Gespräche mit einem möglichen Überlappungstarif. Sonst, ich glaube, was ganz schwierig ist, wenn man anfängt, Landkreise oder Gebiete zu halbieren, also der Westen geht zu dem, der Osten geht zu dem und der Westen kriegt keinen Verbund und der Osten kriegt einen Verbund, weil sie wollen nicht an der Straßenseite wohnen, wo sie mit einmal eben nicht mit dem MVV-Tarif mehr fahren können. Das wird nicht funktionieren. Deswegen muss das am Schluss wahrscheinlich die Gebietskörperschaft schon irgendwie sinnvoll zugeteilt werden. Das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Warum braucht man noch Verbünde, wenn es einen Landestarif gibt? Weil man nicht einen Tarif über ganz Bayern schnitzen kann. Also wir haben vorhin schon gehört, dass wir im VGN eher polyzentrisch sind, im MVV monozentrisch. Das bedingt ganz andere Tarifstrukturen am Ende. Wir haben andere, wir haben am Schluss andere Fahrtenbedingungen. Wir haben mehr Industrie in dem einen Ort, wir haben mehr Dienstleistungen im anderen. Sondern ich kann für so große Verkehrsbeziehungen nicht einen gemeinsamen bayernweiten Tarif machen. Ganz ehrlich, was sehen wir bei der Bahn? Die Bahn hatte ja im Fernverkehr einen deutschlandweiten Tarif, weicht ihn ja immer weiter auf, indem sie einen Relationstarif draus macht. Also insofern, glaube ich, wird ein Landestarif alleine nicht funktionieren. Aber wohl macht ein Landestarif trotzdem Sinn, nämlich für raumübergreifende Fahrten, verbundübergreifende Fahrten. Da macht auf jeden Fall ein Landestarif Sinn, auch unterhalb des Deutschlandtarifs. Ich glaube, das ergänzt sich gut, aber ich kann mir im Augenblick nicht vorstellen, dass in den nächsten 20, 30 Jahren ein Landestarif quasi alle Verbundtarife sinnvoll ersetzen kann. Dem kann ich auch hinzufügen, dass es war ja auch noch die Frage, inwieweit es durchaus verkehrlich sein kann. Das ist ja auch bei uns in der Region über eine Landesgrenze hinweg. Und das ist eben die Frage einerseits eine Landesgrenze im Sinne von Ländern in Deutschland, aber auch insgesamt eine Staatsgrenze. Das ist natürlich derzeit durch die politische Situation und die Finanzierungssituation noch relativ schwierig, da zu einem Ergebnis zu kommen, wenn wir innerhalb von Bayern ein gutes Ergebnis haben. Das ist, glaube ich, schon ein hehres Ziel und ein gutes Ziel. Ich hatte ja gesagt, Tarifgemeinschaften. Ich denke, dazu muss natürlich auch kommen, dass im Sinne der Finanzierung, auch des Angebotes, da die finanziellen Mittel dann auch für alle gleich verteilt sind. Und insofern glaube ich, dass um nicht nur eine Tarifgemeinschaft zu machen, sondern wirklich das Angebot auch dementsprechend dann erweitern zu können, braucht es die entsprechende Finanzierung. Vielen Dank soweit. Dann würde ich gleich mal weitergehen und eine weitere Frage stellen, die ein bisschen in eine andere Richtung ist, die sich um die Schülerfahrten dreht. Ist es richtig, dass die Schülerfahrten eher separat bedient werden? Warum bezieht man nun bei der Neugestaltung diese Strecken und Zeiten nicht in den allgemeinen IPNV vor Ort ein, wie das auch in anderen Verbünden in Deutschland üblich ist? Das wäre die eine Frage, wo Sie schauen könnten, wer sie von Ihnen beantworten würde. Und dann noch, inwiefern ist die Digitalisierung und sind digitale Tickets eine Hilfestellung für Verbundtarife und auch zur Erweiterung der Verbundtarife? Genau, das würde ich erst mal so lassen, die zwei Fragen. Und dann machen wir gleich weiter. Schülerfahrten, also auch im MVV sind nicht alle Schülerfahrten im IPNV integriert. Das liegt daran, weil sie teilweise schlicht ergreifend, ich sage mal übertrieben gesagt, zu Hause jemanden abholen und weil sie teilweise nur morgens und mittags fahren und da bringen Integration nicht, weil kein normaler Mensch wartet sechs Stunden, bis irgendwann der Bus zurückfährt. Das hängt aber auch von der Struktur der Landkreise ab. Also im Landkreis München, ehrlich gesagt, ist, ich glaube, alles integriert oder fast alles. Fürstenfeldbruck auch weitgehend. In den ländlichen Gebieten wird es dann weniger. Das ist eine Strukturfrage. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Das hängt im Grunde von der Struktur ab. Das zweite war, genau, der E-Tarif. Also natürlich, die Digitalisierung hilft immer weiter. Ja, im AVV gibt es Check-in-Be-Out oder Check-in-Check-out-Systeme. Im MVV gibt es Check-in-Be-Out-Systeme. Wir haben Luftlinientarife im Test zusammen mit den Verbundpartnern. Am Schluss kann so ein Luftlinientarif oder ein E-Tarif natürlich eine deutliche Erleichterung sein, aber man muss immer auch an die denken, die nicht mit dem Handy fahren wollen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich denke auch, dass insgesamt mit einer Verbunderweiterung ja eine Erwartung geschürt wird. Und im Sinne eines modernen ÖPNV werden wir immer mehr E-Tarife anbieten müssen. Das funktioniert dann auch wahrscheinlich sehr gut, wenn wir das weiterentwickeln. Und insofern, glaube ich, können wir nicht nur auf dem Papierticket bleiben, sondern mit einer Verbunderweiterung ist ja eine, ich sage mal, Verbesserung des ÖPNV durch den Fahrgast erwartet. Und da sehe ich eben auch ein E-Ticket langfristig. Ja, vielen Dank soweit. Dann würde ich noch mal zwei Fragen anschließen. Das eine geht nach der Verbindung mit den Busunternehmen. Und zwar heißt es da, bisher rücken Busunternehmen in den verbundfreien Gebieten nicht unbedingt die Fahrgastzahlen heraus. Nachfrage-basierte Planung ist so kaum möglich. Wie werden die zukünftigen Verkehrsverbünde damit umgehen in Zukunft? Und eine zweite Frage noch. Wie sieht denn die Unterstützung der Landesregierung beziehungsweise der Staatsregierung in diesem Fall für die Verbunderweiterungen beziehungsweise Verknüpfungen aus? Wie stark engagiert sich da der Freistaat? Also ich hoffe, wir hatten das schon deutlich gemacht. Die Verbunderweiterungsstudien werden ja durch den Freistaat gefördert. Also da ist ein starkes Engagement da. Und wie es ja auch Ziel der Staatsregierung ist, da sieht man ja auch an dem Bild in Richtung der Verbunderweiterungsstudien, Erweiterungsstudien, die dementsprechend auch finanziert werden. Da ist wirklich ein starkes Engagement da. Wir werden sehen, nachdem wir dann die Machbarkeitsstudien umgesetzt haben, hoffen wir dementsprechend weiterhin auf dieses Engagement. Und die zweite Frage war, wie in den Verbünden damit umgegangen werden wird. Das ist genau die Frage der Einbindung der Busunternehmer. Ich denke, das sind genau die organisatorischen, regulatorischen Fragen, die in Zukunft vielleicht auch je Verbund, je Landkreis unterschiedlich gelöst werden können, wie nämlich dort die Aufstellung ist. Ich denke, wichtig ist erst mal im Rahmen der Verbunderweiterungsstudien, dass diese Daten auch genutzt werden, beziehungsweise die Busunternehmer diese auch zur Verfügung stellen. Denn sonst werden Entscheidungen auf Basis von fehlenden Informationen gefällt werden. Und das könnten im Sinne der Berechnung der verbundbedingten Belastungen dann auch falsche Informationen sein. Im Grunde ist es ja so, Linda und ich haben ja früher beide bei der Eisenbahn gearbeitet. Auch da haben wir nicht wahllos irgendwelche Einnahmedaten rausgeworfen. Das geht mit Vertraulichkeitserklärungen. Das steht außer Frage, weil sie ja teilweise auch wettbewerbsrelevant sind. Ich glaube, die Rolle der Vertriebsdaten von Busunternehmen ist nicht anders als die von Umsatzdaten, von Rewe. Das ist am Schluss so. Man gibt eben nicht alles dezidiert raus. Wenn man es rausgibt, ist es vollkommen richtig, wir brauchen sie, weil sonst gibt es auf Basis falscher Daten am Schluss falsche Entscheidungen. Aber das muss vertraulichkeitsgarantierend sein. Was noch wichtig ist, das ist ganz schwer, immer wieder wirklich an den Mann zu bringen. Eine Verbunderweiterung heißt nicht, dass damit gleiche Ausschreibungswettbewerb kommt. Also das ist damit überhaupt, das eine ist quasi eine Erweiterung der Tarife und vielleicht noch der Fahrplanabstimmung und Echtzeitinformationen. Und das andere ist, wie der Markt funktioniert. Also man kann auch Verbunderweiterungen über allgemeine Vorschriften und Konzessionen abbilden. Das ist ausschließlich Sache der Aufgabenträger, in dem Fall der Landkreise oder der Städte, also meistens der Landkreise. Das ist überhaupt nicht in unserer Rolle und wir haben da auch gar nichts mit zu quaken, ob in irgendeinem der Verbunderweiterungsgebiete künftig eigenwirtschaftlicher Verkehr stattfindet oder nicht. Das ist ausschließlich Sache der dortigen Landkreise, das zu entscheiden, wie sie mit dem Verkehr umgehen wollen. Können Sie es heute auch schon machen, ausschreiben. Aber das ist nicht unser Ding. Also das eine ist Verbunderweiterung, das andere ist, wie der Markt strukturiert ist. Die Verbunderweiterung, das untersuchen wir. Die Marktstrukturierung ist ein Thema der Landkreise. Ja, vielen Dank. Markus, wie ist es, soll ich noch eine Frage bringen? Wir haben jetzt 19.57 Uhr. Also der Herr Rosemus muss sehr pünktlich weg, wie wir wissen. Er kommt nach acht, genau. Insofern würde ich sagen, da gehen sogar noch zwei Fragen. Mein Abspann kann sehr kurz sein. Sehr schön. Dann würde ich da noch mal weitergehen in unserer Liste und noch mal die ganz konkrete Frage anschließen, die sich über diese Überlappung und Verbundgrenzen noch mal sich damit beschäftigt. Und zwar, wie bewerten Sie die Idee, einen Landkreis in zwei Verkehrsverbünde einzugliedern? Das kam in ähnlicher Form öfter, die Frage. Und dann geht es noch mal um ein Ticket, das die gefahrenen Kilometer abrechnet. Wie wäre eigentlich die Lösung eines Landestarifs oder ein digitales Ticket, bei welchem letztlich die gefahrenen Kilometer am Monatsende abgerechnet werden? Dann müssten wir nicht auf die Verbunderweiterung warten. Oder ist die Frage? Und natürlich auch nach dieser Ticketabrechnungssystem, nach dem sozusagen Bestpreisprinzip letztendlich. Genau. Also der Kilometer-Tarif macht dann Sinn, wenn ich Einzelfahrten buche. Der macht keinen Sinn bei Abonnements. Also eine Flatrate kann ich nicht nach Kilometern abrechnen. Das ist aber Unsinn. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Also ich brauche immer eine Flatrate quasi, also von Wochen über Abos. Und für die Einzelfahrt kann ich einen Kilometer-Tarif machen. Und für die Organisation von gerechten und fairen Abo-Preisen brauche ich quasi einen Verbundtarif. Das ist am Schluss so. Die Kilometer-Berechnung ist auch, je nach Ausgestaltung, wir üben das ja auch gerade an unserem E-Tarif, kann auch wahnsinnig unfair sein. Ja, wenn nämlich einmal die Altmannstrecke unglaubliche Umwege fährt, dann zahle ich dafür, dass ich länger in der Bahn sitze, obwohl das ja für die meisten jetzt kein unbedingtes Hobby ist, in der Bahn zu sitzen. Und ich zahle noch mehr. Deswegen haben wir auch Luftlinien untersucht und so weiter. Also, weil ich damit sagen will, Kilometer-Tarif hört sich erstmal gerecht an, aber im Grunde kann der Wahnsinn nicht ungerecht sein. Also wenn ich von hier nach Wolfratshausen fahre, dann fahre ich Kilometer ohne Ende, weil ich über die Donnersberger Brücke fahren muss, aber Luftlinie sitzt nur 20 Kilometer. Ja, und warum muss ich dafür zahlen, dass ich auch noch länger brauche? Ich will damit sagen, das muss man tiefer durchdringen, das kann man so einfach nicht festlegen. Was trotzdem Sinn macht, wir sind ja durchaus mit Landkreisen auch im Gespräch, dass man wirklich Landkreise doppelt überlappt. Das kann wirklich Sinn machen, weil es eben Verkehrsbeziehungen gibt. Man sieht es ja hier auch, die so eingekeilt sind zwischen zwei Verbünden oder drei Verbünden, da gehen die Verkehrsbeziehungen in alle Richtungen. Und ich glaube, da macht es Sinn, sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, unsere Zeit ist rum. Vielen herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie sich Zeit genommen haben, in der stressigen Vorweihnachtszeit heute Ihre Informationen uns hier zuteilwerden zu lassen und die vielen speziellen, teilweise sehr speziellen Fragen zu beantworten. Es wären noch ganz, ganz viele da, aber dafür ist die Zeit jetzt nicht mehr. Dankeschön. Auch an all diejenigen, die sich hier beteiligt haben oder die zugehört haben, die mitgemacht haben. Einen Ausblick will ich noch geben. Aus meiner Sicht ist der Freistaat Bayern gefordert und zwar über sein bisheriges Engagement hinaus. Es reicht nicht, die Verbunderweiterungsstudien zu fördern oder Verbundgründungsstudien zu fördern, sondern es muss ein klares Bekenntnis des Freistaats Bayern geben für flächendeckende Verbünde und zugleich auch günstige Tickets und ein sehr gutes Angebot. Und all das zusammen werden die Kommunen gemeinsam kaum stemmen können. Deswegen brauchen die Kommunen eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung für den öffentlichen Personennahverkehr. Nach meinem Dafürhalten wäre es auch angemessen, es zur Pflichtaufgabe zu machen und dann aufgrund der Konnexität mit entsprechenden Finanzmitteln auszustatten. Ist jetzt aber ein Thema, das über das hinausgeht, aber als Ausblick gebe ich das mal mit. Wünsche mir das vom Christkind oder von der Staatsregierung. Spätestens 2023, nach der nächsten Landtagswahl, können wir es hoffentlich selber umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend, eine schöne Vorweihnachtszeit und vielleicht sehen wir uns übermorgen beim nächsten Webinar mit der ADFC-Landesvorsitzenden Bernhard Felsch zum Thema Ratgesetz. Vielen Dank und einen schönen Abend. Danke schön, schönen Abend. Danke auch, schönen Abend.